Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Ich bin der Horst und heute wird es Zeit, dass wir es uns mal so richtig gemütlich machen. Zeit mal so richtig zu schlemmen. Die Folge heute wird nicht die allerlängste, schätze ich mal, aber muss ja erstens auch gar nicht und zweitens wird es eine sehr, sehr genussvolle Folge und drittens kommen auch in den nächsten Wochen noch einige wirklich, wirklich spannende und inspirierende Folgen, die da auf dich warten. Und gerade die Interviews, also sei gespannt. Da gibt es großartige Pläne, viele Neuigkeiten, an denen ich gerade im Hintergrund feile. Ja, aber das ist Zukunftsmusik. Heute lass uns einfach mal gemeinsam genießen und uns dann damit einfach auch genussvoll auf die Adventszeit einstimmen, die da jetzt kommt. Hier bei mir schneid es gerade draußen vorm Van. Deswegen vielleicht, ich werde es wahrscheinlich rausrechnen, aber vielleicht hörst du irgendwann meine Standheizung ansprechen. Ohne die wäre es ein wenig kalt. Aber es ist ja einfach genau passend zum Thema heute, dass man sich das innen so richtig schön gemütlich macht, sich einmuckelt. Und weil man in dieser Zeit ja auch einfach gerne nascht, habe ich mich mal an die Rezeptkreation gemacht und gebe dir heute auch ein paar Ideen mit, wie du auch solche Leckereien oder auch vielleicht Schweinereien für den Winter aus Kaffee zubereiten kannst. Dabei ist es mir relativ wichtig, dass wir vielleicht ein bisschen weiter gehen als der Standard, den man so findet. Also etwas weiter als Pumpkin Spice Latte oder weniger spannende Dinge mit viel Sirup oder einem Cappuccino mit Kakao obendrauf. Da kann man sehr, sehr viel mehr machen. Deswegen, ja, mach's dir gemütlich, zieh dir warme Socken an, Decke drüber, bring dich in eine Podcast-Hörposition, wie ich auch gerne sage. Und dann lass uns mal anfangen. Übrigens, wenn du die genauen Rezepte haben willst von den Kreationen, die ich dir nachher mitgebe, dann melde dich einfach in meinem Newsletter an. Dann gibt es, wie schon bei den Sommergetränken, eine Mail mit eben den drei Rezepten als PDF hintendran, quasi als Goodie. Kriegst du das dann zugeschickt als Dankeschön, dass du dich da angemeldet hast. Den Newsletter findest du entweder als Pop-up auf meiner Internetseite, also auf einfachmalkaffee.com oder auch, wenn du in den Blogartikel zu dieser Folge gehst, dann ganz unten am Fuß des Artikels. So wie immer. Ach, und natürlich, ich werde dich auch nicht zuspammen mit irgendwelcher Werbung. Mein Newsletter gibt es alle vier bis sechs Wochen irgendwie sowas mit News rund um Kaffee, den Blogbeiträgen der letzten Wochen und gegebenenfalls eben auch mal einfach mal Kaffee, Ankündigungen etc. Einfach, ja, so wie ich finde, ein Newsletter sein soll. Ein bisschen was, um up-to-date zu bleiben, abseits von den üblichen Pfaden. Wenn du schon angemeldet bist dort, dann bekommst du natürlich das PDF auch einfach im nächsten Newsletter zugeschickt. Da brauchst du also nichts machen. Auch dir kommt das natürlich zu. Außerdem, wenn du gut findest, was ich hier so mache, dann kannst du mich natürlich auch für den Preis eines Kaffees zum Beispiel oder einer Packung Kaffee über Steady unterstützen. Da gibt es dann sogar noch ein paar mehr Goodies für dich obendrauf, wenn du das denn möchtest und je nach Paket. Und mir hilft das einfach wirklich sehr. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter dieser Folge hier. Gut, aber nur mal los. Genug Vorgelaber. Wenn man sich nach leckeren Winterkaffees umschaut, beziehungsweise das auch googelt, dieses Wort, dann trifft man in den letzten Jahren vor allen Dingen auf einen Vertreter, den ich vorhin schon kurz genannt habe, den Pumpkin Spiced Latte. Es geht fast gar nichts daran vorbei, aber so ist das manchmal. Manchmal trennten einfach Sachen. Und dann gibt es eben nur noch das. Da ich persönlich aber kein allzu großer Fan davon bin, was einfach nur mein eigener Geschmack ist, jeder darf seinen Kaffee trinken, wie er möchte. Und auch, weil ich nicht für hier einfach nur irgendwas nachkochen wollte, wird es heute eben nicht um diese Kaffeekreation gehen, sondern ja, mal ein bisschen, wir gehen zusammen off the beaten path sozusagen. Wir beide schauen uns viel eher mal an, wie du vielleicht selbst zu einer leckeren, schmackhaften Kaffeekreation kommst. Und das eben auch ganz simpel, ganz einfach und vor allen Dingen auch mit Dingen, die du vielleicht eh schon zu Hause hast. Gut, aber wie gehe ich denn an so eine Kreation von so einem Rezept zum Beispiel ran? Zunächst solltest du dir vor allen Dingen einem einer Sache bewusst werden. Einen wirklich falsch gibt es eigentlich erstmal nicht. Wenn dir etwas schmeckt, super, Ziel erreicht. Probier es aus, wenn es schmeckt, passt. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die einfach harmonieren. Und über die Jahre, in denen ich mich jetzt mit Sensorik und Genuss beschäftigt habe, sind mir so ein paar Grundregeln aufgefallen, die ich heute mit dir teilen werde. Und damit fangen wir jetzt dann eben auch hier an. Wenn du etwas kreieren willst, das rund und harmonisch im Mund ist, dann brauchst du immer von allen Geschmäckern, also süß, sauer, salzig, bitter und am besten auch Umami, ein bisschen was. Und mit der Balance von dem Ganzen spielen wir dann herum. Falls du Umami nicht kennst, das ist herzhaft, fleischig, craveable, zum Beispiel das, was auch in Chips oft drin ist, im gebratenen Fleisch, in scharf angebratenen Pilzen, unter anderem ist auch viel Umami. Aber das geht jetzt zu sehr in die Sensorik. Mehr zur generellen Sensorik gibt es ja auch schon eben im Podcast-Folgenformat von mir. Die Links dazu packe ich dir hier in den Blogartikel mit rein. Wenn ich erhoben kombiniere oder generell ein Rezept entwickeln möchte, dann habe ich meistens ein grobes Ziel und stelle mir dann das Ganze irgendwie ein bisschen vor wie ein Orchester. Jedes Instrument einzeln ist schön, aber eben nur, wenn sie dann wirklich auch gemeinsam spielen, wird es dann auch ein Kunstwerk. Vor allem, wenn man es hinbekommt, dass nicht alle gleichzeitig gleich laut sind, sondern eben in zeitlicher Reihenfolge so ihren Auftritt haben, wie in einem guten Orchester eben. Außerdem finde ich, sollte für wirklichen Genuss das Ganze auch eingebettet sein. Bei einem Konzert wäre das vielleicht die Stimmung im Konzertsaal, bequeme Sitze, die Atmosphäre generell halt. Das spielt ja alles so mit rein. Und in einem Rezept wäre das in dem Fall für mich zum Beispiel die Fülle und die Textur. Also wir schmecken, also Geschmack ist ja für uns nicht nur das Aroma an sich, sondern auch unser Tastsinn. Auch das wieder in den Sensorik-Folgen ein bisschen vertieft. Aber wir nehmen natürlich auch mit unserem Tastsinn im Mund etwas wahr. Damit kann man nämlich auch wunderbar spielen. Denn das eine ist, dass wir schmecken, aber wir tasten ja auch mit unserem Mund. Und wie diese Textur ist, also wie Temperatur, Textur des Getränks an sich, Fülle, Cremigkeit und so weiter, sowas trägt zum Gesamteindruck bei und kann auch genutzt werden, um etwas sehr, sehr viel spannender zu machen, als es eh schon ist. Okay, aber lass uns vielleicht mal ein kleines bisschen konkreter werden. Denn dein liebster Kaffee... Okay, aber lass uns vielleicht nochmal etwas konkreter werden. Dein liebster Kaffee zu Hause hat eine gewisse Balance. Also die Bohnen, die du zu Hause hast, ich hoffe, dass du sie gerne trinkst. Wenn nicht, schau mal in meinem Shop vorbei. Nein, jedenfalls dein Kaffee, den du einfach zu Hause hast, den du magst, der hat eine gewisse Balance. Und die gilt es zu kompletieren. Damit wir das anständig machen können, solltest du aber natürlich als allererstes mal ganz bewusst hinschmecken und auch herausfinden, wie er denn eigentlich schmeckt. Also dein Kaffee, dein liebster Kaffee. Außerdem solltest du dir vorher überlegen, was dir denn überhaupt schmeckt. Worauf stehst du denn überhaupt? Magst du es eher samtig süß oder saftig sauer oder doch eher gern dunkel bitter? Irgendwas dazwischen, eine Mischung. Darf es eher ausgefallen sein oder doch eher sehr klassisch? Willst du ein Getränk komponieren mit Alkohol oder eben nicht? Und dabei musste die Antwort vielleicht auch gar nicht so direkt klar sein von Anfang an. Aber hör einfach mal in dich rein. Das wird dir später einfach helfen. In dem späteren Verlauf wird dir das helfen, dann Entscheidungen zu treffen. Und wenn du nicht selber kreieren willst, dann hilft dir das aber auch dabei, einfach ein gutes Rezept für dich zu finden, online zum Beispiel. Gerade für kreative Rezepte mit Alkohol, schau da dann auch eben gern auf die Seite von Coffee in Good Spirits. Das ist ein Wettbewerb auf den Kaffeemeisterschaften. Und da sind, da findet man diverse Rezepte für Kaffee mit guten Spirituosen. Den Blogartikel, nein, nicht den Blogartikel. Die Seite, von der ich da spreche oder ein paar Seiten, wo das der Fall ist, verlinke ich dir im Blogartikel. Aber du kannst natürlich auch gerne selber auf Suche gehen. Da sind schon spannende, leckere Sachen mit dabei. Gut, bis hierher funktioniert das, was ich erzählt habe, grundsätzlich natürlich bei jeder Jahreszeit. Wobei Dinge grundsätzlich im Sommer natürlich gerne eher etwas säuerlicher und leichter sein dürfen, als im Winter, wo dann so eher die kräftigen, sahnigen, süßen Aromen dran sind. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nur bei mir so, aber also bei den allermeisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, variiert die Vorliebe im Geschmack tatsächlich dann eben auch mit den Jahreszeiten. Und das sieht man ja auch in den Getränken, die einfach angesagt sind. So, da wir den Sommer ja aber auch schon hatten und quasi gerade schnurstracks auf Weihnachten zusteuern, kümmern wir uns jetzt also als allererstes mal um süßkräftig, sahnig und wenn du magst, auch gern mit Schuss. Es folgen also für deine ganz exklusiven Kreationen bei dir zu Hause, quasi als Rezeptunterstützer, wie auch immer, ein paar allgemeingültige Tipps für Weihnachtsrezepte mit Kaffee. Die allermeisten Menschen trinken gerne schokoladig, kakaoigen, eher vollen Kaffee. Das sind sie einfach gewohnt und im Winter ist das eben gleich doppelt angesagt. Und zu solchen Kaffees passen verdammt gut Orange, Zimt und Schokolade. Grundsätzlich ist das so ein Dreiklang, dem ich, oder mit Kaffee ist es ein Vierklang, dem ich letztes Jahr in Pre-Podcast-Zeiten schon mal einen Post auf Instagram gewidmet habe. Da habe ich ein bisschen was dazu geschrieben und dann hast du, da kann man dann auch sehen, also wenn du da runter scrollst, wie ich einen Kaffee mit einer Orangenschale parfümiere. In Superslomo, eine wunderschöne Aufnahme, wie ich finde. Womit wir dann auch schon die Orange im Spiel haben, denn Orange verleiht einfach so einen Hauch Frische und bringt auch trotzdem noch so eine gewisse Süße und Saftigkeit mit, ohne dabei zu dominant zu werden. Schokolade ist Schokolade. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sie ist süß und einfach geschmacklich, wie auch in vielen anderen Dingen, sehr, sehr nah an Kaffee. Also Schokolade auch allein der Anbau, aber das ist auch ein anderes Thema. Schokolade und Kaffee passen tatsächlich in sehr vielen Fällen wahnsinnig gut zusammen. Dann haben wir noch den Zimt. Der klingt sich in dem ganzen Thema, in dieser ganzen Komposition einfach auch wunderbar ein in das Ganze und bringt dann doch noch mal auch ein paar Nebentöne mit ins Spiel, die das Ganze einfach noch ein bisschen spannender machen. Sofern du Zimt denn magst, wohlgemerkt. Wenn du Alkohol mit dazugeben möchtest, dann passt einfach auch ein guter, also meistens ein guter Rum, ein milderer Whisky, also vielleicht nicht so diese ultratorfigen Super-Whiskys, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob man da irgendwie die 80, 90 Euro Flasche Whisky mischen muss mit Kaffee. Du verstehst, was ich meine. Aber eben auch verschiedene Liköre, zum Beispiel auch ein Haselnuss-Schnaps, äh, Haselnuss-Likör zum Beispiel. Möglich ist viel, probiere gern aus. Nüsse passen dann nämlich auch ganz wunderbar dazu. Probier rum. In jedem Fall taste dich aber auch behutsam ran und lass den Kaffee in dem Ganzen auch einfach durchscheinen. Der soll schon da eine tragende Rolle spielen. Dann hast du immer irgendwie was, ja, es ist ja ein Kaffeemischgetränk, sonst könntest du das auch anders mischen. Ein Rezept, das ich mir für diese heutige Folge geliehen habe, die mich auch so ein bisschen, das mich auch so ein bisschen unterstützt hat in meiner Kreativität, sagen wir mal, das hat ganz, ganz viel von dem, was ich gerade erzählt habe. Das vereint da schon sehr viel. Und das ist der Café de la Oya. Das ist eigentlich eine traditionell mexikanische Art der Kaffeezubereitung. Die eine Art, wie man den macht, gibt es dabei nicht, sondern er wird in jeder Familie irgendwie ein bisschen anders zubereitet. Grundlage ist aber immer ein starker Kaffee mit viel Zucker, gerne Nelken und Zimt. Die Gewürze und der Zucker werden dabei dann zusammengekocht in einem Topf. Also erst das Wasser mit dem Zucker irgendwie aufgekocht, dann kommen die Gewürze mit dazu, das Ganze aufgekocht und dann das Ganze nochmal kurz mit Kaffee aufgekocht, runtergezogen. Und dann lässt du das ziehen. Und dann wird das Ganze abgesiebt. So wie ich das mitbekommen habe, ist das vor allen Dingen einfach ein Kaffee, mit dem man zum Beispiel auch mehrfach aufwärmen kann oder dann doch lange warm halten kann, was natürlich auch durch einfach... Normalerweise würde der Kaffee sehr bitter werden, aber durch die vielen Gewürze geht das. Grundsätzlich ist das natürlich kein spezielles Weihnachtsrezept. Aber ich finde den Geschmack extrem weihnachtlich. Also ich meine, da ist viel von dem drin, was wir so als Weihnachtsgeschmack eben wahrnehmen. Deswegen ist das auch ein Rezept, was mit gelandet ist auf meiner... Aber nein, was auch mit auf meiner Liste im Rezeptbuch gelandet ist. Dann habe ich meiner Fantasie auch noch freien Lauf gelassen und einfach mal drauf los rezeptiert. Rezeptiert, kann man sagen. Ist ein deutsches Wort. Bestimmt. Herausgekommen sind zwei zugegebenermaßen eher dessertartige Getränke. Der... Wie nennen wir sie denn? Ich habe noch gar keine Namen entwickelt. Einfach mal Kaffee Weihnachts... Nein, das klingt... Nee. Wie wäre es mit... Kaffee con todo? Weil da ist einfach alles mit drin. Und das Zweite ist eine Sauerei mit Kondensmilch. Wie wäre es mit Kondenso? Ja. Du wirst es sehen, wenn du die Rezepte dir runtergeladen hast und wenn dir gerade die Häufung an spanischen Begriffen auffällt, dann hat das einen sehr, sehr spannenden Grund. Den wirst du auch bald erfahren. Aber ein kleines bisschen musst du dafür noch warten. Gut. Aber fangen wir oben an. Man könnte sagen, hier habe ich quasi... Also beim Kaffee con todo habe ich quasi alles zusammengeschmissen, was passen könnte. Und was herauskam, ist was verdammt Leckeres. Im Endeffekt nimmst du eine große Bialetti voll mit leckerem einfach mal Espresso-Blend, kochst da drin einen schönen, starken Kaffee, dann gibt man das Ganze auf vier Stück dunkle Zartbitterschokolade, die schon im Glas ist, mischt das alles gekonnt mit einem Hauch, wichtig, mit einem Hauch rum, einer Prise Zimt und ja, dann wird das Ganze mit einer Orangenschale parfümiert. Obendrauf gibt es dann noch ein lecker Schüsschen Sahne, dekoriert mit Zimtpulver und Schokoraspeln und wenn du magst, noch einer Scheibe Orange. Ja, wie gesagt, sei nur vorsichtig mit der Menge Rum, da wirklich lieber ein bisschen weniger, habe ich festgestellt, ich habe einen gemacht, da war der Rum ein bisschen zu viel, kann aber auch im Rum gelegen haben. Probier es aus. Durch die Sahne hat man bei dem Ganzen aber eben auch noch so eine schöne Mischung aus kalt und warm in der Tasse. Große Klasse, sage ich dir, wenn du mal so ein bisschen rumsauen willst. Und damit kommen wir auch schon zur Kondensmilchsauerei, aka dem Kaffee Kondenso. Ja, mal gucken, ob ich ihn so nenne. Aber gut, eigentlich ist es an sich gar nicht so viel anders als das, was wir gerade hatten. Im Geschmack ist es aber dann doch nochmal eine ganze Ecke anders. Also gut, kommen wir einfach mit. Was du dafür brauchst, ist ein bisschen dieser gesüßten Kondensmilch, die man auch für vietnamesischen Kaffee benutzt. Die hatte ich auch noch von ein paar Versuchen mit eben jenem. Genau, da gibt es ja auch diesen klassischen Zubereiter. Falls du den nicht kennst, auch im Blogartikel findest du das beides, was ich meine, damit du weißt, was ich meine. Jedenfalls brauchst du diese Kondensmilch. Und die bringt nochmal so einen ganz eigenen, ich finde, vanilligen Flair mit rein in das Ganze. In diese cremige Masse wurde dann diesmal ein Schokoweihnachtsmann reingestellt, also so ein kleiner. Und auf den wurde dann Kaffee gegossen. Der arme Junge hat dann ganz viel Kaffee oben aufgekriegt. Auch da, nimm gerne einfach einen kräftigen Kaffee. Ich habe es wieder in der Bialetti mit dem einfach mal Kaffee, nein, mit dem einfach mal Espressoblend gemacht. Genau, das dann oben aufgegossen. Auf den Kaffee, in den dann der Weihnachtsmann eingeschmolzen ist, kommt dann eine Prise Lebkuchengewürz und einen Haufen Sahne mal wieder. Ja, fertig ist das Ganze. Man kann es natürlich noch dekorieren. Wieder mit Zimt zum Beispiel. Oder, oder, oder. Probier einfach aus und lass dir sagen, das ist ein Dessert, was spannenderweise, auch je nachdem, wie stark du es vermischt, natürlich zwei kühle Schichten hat und in der Mitte eine warme. Großartig. Ganz, ganz lecker. Wie gesagt, als Kaffee habe ich dabei eben auch den einfach mal Espressoblend in der Bialetti gekocht. Das Rezept funktioniert aber bestimmt auch mit dem originalen Kaffeezubereiter, mit dem originalen vietnamesischen Kaffee. Falls du den zu Hause hast, kannst du auch damit mal ausprobieren. Oder auch mit einem Espresso. Da würde ich dann aber vielleicht einen doppelten Espresso nehmen aus dem Siebträger. Vom Verhältnis her, das steht dann im Rezept. Wichtig ist einfach nur, dass der Kaffee ein kräftiger Kaffee ist, sauber ist und ja richtig schön schokoladig ist. Die genauen Rezepte findest du, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, als Goodie angehängt an deine Willkommens-Mail in meinem Newsletter. Oder wenn du den schon hast, also da schon eingetragen bist, dann einfach im nächsten Newsletter. Das Ganze ging schon am Montag los. Das heißt, wenn du das jetzt machst, kriegst du das zugeschickt. Ansonsten oder eigentlich in jedem Fall, probier einfach aus. Einfach ausprobieren, kombinieren, was dir schmeckt. Hab eine Idee dabei und versuch wirklich ein bisschen zu spielen. Worauf man dabei achten kann, dazu hast du ja heute dann doch eine ganze Menge was gelernt, hoffentlich. Ja, wenn du ausprobierst, dann zeig das doch auch gern mal her. Also poste doch deine Kreationen und dein nachgemixtes Wintergetränk und markiere einfach mal Kaffee auf Instagram. Also add einfach mal Kaffee. Alles zusammengeschrieben. Das fände ich super spannend, weil ich dann natürlich auch einfach sehe, was aus meinen Ideen wird. Also dabei ist wirklich auch egal, ob du selber was gemacht hast oder ob du das eben nachmixt. Ich finde das super, mich motiviert das. Mir macht das Spaß. Gut, aber genug geredet. Ran an die Tassen, probier aus, viel Spaß beim Genießen und Schlemmen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.